Am Samstag, den 19. Januar, findet in Berlin die Demonstration Wir haben es satt statt. Es geht dabei um gute ökologische, nachhaltige Landwirtschaft und damit auch um gesunde Lebensmittel für uns alle. Wir als Linke unterstützen diese Demonstration, denn wir sind überzeugt, Menschen und Tierschutz haben Vorrang vor Profiten. Gegenwärtig fließen die Fördermilliarden vor allem in Monokulturen und Massentierhaltung. Das wollen wir ändern. Zu guter Landwirtschaft gehört erstens Tierschutz, regionale Vermarktung, aber wir müssen eben auch über die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in den Schlachthöfen reden. Kurzum, wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ihr könnt uns treffen am 19. Januar am Brandenburger Tor, beginnt es 11.30 Uhr. Dort gibt es auch einen Stand der Linksfraktion. Kommt doch einfach mal vorbei.